matt sein genau das lassen wir das wasser sich wieder verkrümeln was machen meine mesons die machen pause ok deswegen würde ich sagen building floors mit f so blocks noch ein floor kann ich das so bauen nein kann ich leider nicht da muss ich es halt kleiner machen ob es das war falsch das war zu groß welche taste also die taste ist zum kleiner machen ja eigentlich bräuchte bloß hier eigentlich bräuchte bloß hier weil hier können sie hier können sie runter schütten ja eigentlich bräuchte bloß den hier dass sie hier unterschütten hier unterschütten hier hier ja okay wir machen bloß einen floor jeweils so der reicht dann auch hoffentlich aus so um die fäder richtig zu bewässern auch das hier hätten wir auch noch weg meinen können so okay gut jetzt brauchen wir channel befehle wieder mal hier so so und hier das war zu viel des guten so und hier noch so wenn sie sich an die arbeit machen das hier stört mich ein bisschen aber das dürfte gehen die komplette können sich kaum hier an der ecke festhalten und auch wenn sie es könnten dann kommen sie wieder da hoch und landen hier in dem bereich ja sieht okay aus gut sieht gut aus was machen die die haben gerade keinen job auch gut kann ich schon ein farming ein farmplot hier bauen ja kann ich so gut groß genug und zurück muss ich das nur ein einziges mal machen warum habt ihr keinen job das verstehe ich jetzt nicht ganz wo seid ihr überhaupt so ein creature so ein creature oh äh ja gut meinert mal das hier weg bitte ihr sitzt da unten nämlich alle fest sehe ich gerade das habt ihr sehr toll angestellt jungs und wir haben wieder migranten 1 2 ein kind noch ein kind noch ein kind noch ein kind nütchen noch ein zwerg noch ein zwerg äh leute schön und gut dass ihr hier alle anreist aber wir haben hier ernsthaft probleme so ist der farbenplot fertig jawoll okay wir gehen durch plumpelmets sommer plumpelmets autumn plumpelmets winter plumpelmets so wir haben noch mehr fischer küche sagt wir haben sehr viel püttelberrywein zum glück du kannst uns mal wieder fein meals preparen ich gucke mal kurz ob in unsere küche irgendwas ist was wir aus versehen ja den fisherberrywein zu haben wir auch viel ja mit der zeit müssen wir unsere zwerge halt wieder entwöhnen dass sie wieder nur noch das zwergen zeug trinken und auch immer darauf achten dass zb sweetpots wagnards seeds nicht verkocht werden cave with seeds ist ok dimple cup ok fischerberry seeds und die beiden ok ja das das wollte ich nicht das war jetzt nicht so schön ich hoffe mal ihr seid jetzt nicht zu sehr verletzt ihr wolltet auf jeden fall mal rausgebracht ich gucke mal kurz recover wounded das muss dann wohl eher hier sein wunden ok oberes rechtes bein ist schwer verwundet ist nicht so toll und was macht er jetzt er rastet ok das ist das ist nicht so schlimm das war wieder ein technischer fehler von mir der armorszwerg der säubert sich selber ja war ein technisches fall von mir du hast jetzt keinen job mehr doch du machst noch was hoffe ich mal was machst du denn bist mit dem alles in ordnung designation ich nehme mal den befehl hier weg ach so das waren das könnt ihr ruhig weg channeln wenn ihr die kraft dazu habt und ich brauche hier neue floors so aus was brauche ich den floor jetzt egal aus blocs ok f1 f1 bitte so sehr schön die farm läuft also kann ich jetzt wälder ding kann ich jetzt hier kann ich das über designation machen ja genau remove construction so ganz langsam den floor abreißen den ich da gebaut habe während der andere da konstruiert wird ok du bist immer noch beim ausruhen ist ok wenn andere ist dabei hier oben die construction zu remover sehr gut so dann machen wir damit gleich weiter designation so entfernen die nächste construction bitte auch wenn jetzt dadurch der eimer runterfällt ah ja hat die mitgenommen ok nächste construction so die beiden dinger sind weg also designation remove construction die beiden bitte entfernen und dann könntet ihr mir noch freundlicherweise da die rams entfernen mit z gut ja das da auch noch so ja da ist unsere erste verteidigung schon mal so weit vollständig dass wir hier unten weitermachen können so und zwar brauchen wir hier ab und downstairs das war glaube ich ja wusste ich noch richtig oh eins zu breit dann brauche ich so weit gemeinert und dann so weit gemeinert brauche ich den gang da nö eigentlich nicht so dann brauche ich erst mal den raum hier und dann noch die verbindung hier her und jetzt remove wir hier und hier und die hier so so genau richtig so und so darf kommt jetzt dann unser essen hin und hier rüber expandieren wir dann mit den räumen für die mit den unterkünften also da werde ich wahrscheinlich hier oben noble räume hin machen und hier unten dann unterkünfte für die anderen so weil hier dürfte es soweit alles fertig sein ja ist es auch sehr gut bin ich schon mal zufrieden damit äh weiter designation remove machen ich bin ja fast schon gewillt einfach alles im befehl zu vergeben aber dann kracht mir das runter auf die farm und das wäre auch nicht so toll so und wenn wir schon dabei sind meiner mit das mal frei aber bitte erst einmal ohne dem gang hier und ohne dem oder der unter dem krankenhaus so und wenn wir da schon mal dabei sind machst du mir bitte ein web aus rock am besten gleich mal zwei und amos dance auch aus rock ja rock da auch mal zwei erst einmal so damit das auch mal langsam klappt dr wie